Hallo und willkommen hier bei uns bei BILDNER TV. Ihr seid im Internet unterwegs und wollt schnell, unkompliziert, aber gleichzeitig sicher eure Passwörter einfügen, wenn ihr euch bei einem Benutzerkonto anmeldet. Wie das unter keypass.xc funktioniert, bei Edge, Chrome und bei Firefox, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Hallo, ich bin Thomas und ihr seid wieder hier bei uns bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Wir alle haben viele Benutzerkonten, wenn wir beim Online-Shoppen sind, wenn wir unsere E-Mails beispielsweise abrufen oder wenn wir uns irgendwo quasi einloggen wollen übers Internet, brauchen wir immer Benutzername und das Passwort dazu. Das alles haben wir ja schon in dem Video, das wir euch jetzt einblenden, mit dem keypass.xc in einer speziellen, sehr sicheren Software hinterlegt. Also dort ist es quasi digital in einem Safe. Das sind alle Daten. Und bislang ist es jetzt noch so, dass wir auch immer noch in dieser Software nachschauen müssen, was ist denn unser Passwort, das dann ein bisschen umständlich rüber kopieren auf die entsprechende Internetseite, wo wir uns einloggen wollen. Das Ganze geht aber viel praktischer, ohne dass wir irgendwo nachschauen müssen, sondern mit den sogenannten Erweiterungen für euren Internetbrowser. Das heißt, es werden dann automatisch die Passwörter aus der sicheren Datenbank eingefügt und das funktioniert mit einem einzigen Mausklick. Wie das funktioniert? Es klingt ein bisschen kompliziert, es sind auch ein paar Schritte notwendig, aber wenn ihr das mal quasi alles erledigt habt, dann ist das wirklich eine sehr, sehr feine Sache, eine sehr bequeme Angelegenheit und trotzdem sind eure Passwörter nach wie vor eben absolut top geschützt durch jetzt in unserem Fall keypass.xc. Das ist unser Beispiel Software dazu. Wir werden das ausprobieren bei verschiedenen Internetbrowsern. Wir nehmen die wichtigsten, die so gut wie alle verwenden. Das ist Chrome von Google. Wir werden den Firefox ausprobieren und Edge von Microsoft überall. Bei diesen drei Browsern installieren wir jetzt gleich die Erweiterungen. Bevor wir aber auf die Browser schauen, müssen wir zunächst in unserer Software keypass.xc etwas freischalten, damit das dann später auch funktioniert und dazu sind wir eben eher im keypass. Nochmal für euch zur Erinnerung, wie er an die Software kommt und wie er sie installiert, seht ihr im ersten Video dazu. Das geht sehr, sehr einfach. Wir haben hier schon Passwörter eingegeben und jetzt müssen wir hier unter Werkzeuge und den Einstellungen hier in den Bereich der Browser Integration gehen. Einmal klicken hier und hier oben die Browser Integration aktivieren. Das heißt, jetzt dürfen Browser dann eben zugreifen auf die Datenbank. Und hier können wir eben auch noch speziell anklicken, welche Browser das dürfen. Also wie gesagt, wir machen das bei Chrome, bei Firefox und für Edge. Es gibt auch noch weitere, die ihr hier aktivieren könnt. Mit einem OK einfach bestätigen und das wäre auch schon der wichtigste Schritt hier in dieser Software und die können wir jetzt wieder ablegen. Im nächsten Schritt öffnen wir einen Browser und dort müssen wir die sogenannten Erweiterungen, das Wort habt ihr vielleicht schon öfter gehört und der Browser also eine Erweiterung installieren. Und wir starten mit dem Browser Microsoft Edge. Dieses Symbol oder hier ist es ein bisschen größer dargestellt. Einmal anklicken, da sind wir schon bei unserem Browser. Und auch schon auf der richtigen Seite, nämlich hier vom Bildner Verlag. Da seht ihr auch gleich unsere aktuellsten Bücher, nämlich Windows 11 vom Einsteiger zum Profi. Und da ist alles drin, was ihr wissen müsst, um eben mit der aktuellen Betriebssoftware von Microsoft perfekt arbeiten zu können. Also wenn es zum Beispiel um Installationen geht von Software, findet ihr im Buch eben auch die Tipps dazu. Gibt es natürlich auch nach wie vor für Windows 10. Die meisten von euch werden ja noch mit Windows 10 arbeiten. Gut, ihr könnt dieses Buch eines von den beiden natürlich auch gewinnen oder irgendein anderes Buch aus dem großen Verlagsprogramm von Bildner Verlag einfach einen Kommentar schreiben hier unter dieses Video und schon nehmt ihr an unserer Verlosung teil. Ihr habt damit sicher schon davon gehört. Jede Woche losen wir aus unter allen, die kommentieren unter unseren Videos. Und ihr könnt euch dann ein Buch aus unserem Verlagsprogramm, wenn ihr gewonnen habt, aussuchen. Kommt dann per Post ganz bequem zu euch nach Hause. Jetzt sind wir aber hier, wie gesagt, bei Microsoft Edge, unserem Browser. Und hier brauchen wir die Erweiterung für KeyPass XC. Dazu gehen wir hier oben im rechten Bereich auf den Menüpunkt. Das sind die drei Punkte oben rechts. Und gehen dann auf den Menüpunkt Erweiterungen. Und hier müssen wir dann auf Microsoft Edge On Add-ons Webseite gehen, denn wir müssen uns quasi jetzt die entsprechende Erweiterung suchen. Wir geben hier in dem Suchbereich KeyPass XC ein. Wird dann auch schon gleich angezeigt. Und das Logo kommt auch schon bekannt vor. Und hier werden wir auf Abrufen klicken. Das heißt, es wird die Erweiterung heruntergeladen. Und hier werden wir nochmal gefragt, ob wir die Erweiterung wirklich hinzufügen möchten. Machen wir. Das geht in der Regel sehr, sehr schnell. Seht ihr, wird hier oben auch schon angezeigt. Wenn ich jetzt hier einmal mit der Maus auf dieses neue Symbol im oberen Bereich, wo wir diesen weißen Schlüssel auf grünen Grund sehen, einmal klicken, dann bekommen wir hier nochmal eine Meldung. Wir müssen uns nämlich noch verbinden. Also wir müssen auch im jeweiligen Browser nochmal aktivieren und bestätigen, dass wir uns jetzt mit KeyPass XC verbinden möchten. Und dazu sollen wir hier eben nochmal genau hier vermerken, für wen wir den Zugriff erlauben. Also das Gerät beschreiben wird empfohlen. Empfehle ich euch auch. Also ich schreibe hier zum Beispiel Laptop Studio. Das ist mein Studio Gerät und ich mache hier noch Edge dazu als Vermerk, dass hier quasi für den Edge Browser ich das Ganze freigebe. Könnt ihr natürlich benennen, so wie ihr wollt. Am besten ist natürlich klar zu benennen, damit ihr auch wisst später, für wen habe ich hier eigentlich den Zugriff freigegeben. Speichert und Zugriff erlauben, bestätigen wir. Und dann probieren wir das Ganze am besten gleich mal aus. Zum Beispiel hier gleich im Bildner Verlag. Ich habe nämlich die Daten für mein Konto für ein Bildner Verlag hier über KeyPass schon mal hinterlegt. Und wenn ich jetzt hier auf mein Konto gehe und wenn ich mir hier in diesem Bereich sehe ich hier, das ist das übliche Anmeldevorgang hier mit Benutzername und Passwort. Und da sehen wir aktuell schon, wird gleich integriert das Symbol von KeyPass. Also hier können wir gleich die Funktion ausprobieren. Das heißt, ich muss jetzt nur noch einmal auf KeyPass auf dieses Symbol klicken und ihr seht, es wird automatisch mein Benutzername ausgefüllt und das Passwort wird ausgefüllt. Übernimmt eben diese Erweiterung KeyPassXC und der Edge automatisch aus der Datenbank absolut sicher. Und jetzt gehe ich auf Anmelden und bin dann auch schon in meinem Benutzerkonto. Das heißt, großer Vorteil, ich muss nicht mehr überlegen, was habe ich hier für einen Benutzernamen gewählt. Ich brauche auch das Passwort nicht mehr irgendwo raussuchen oder aus dem Gedächtnis hervorholen, sondern es wird eben aus der sicheren Datenbank automatisch über die Erweiterung hier eingefügt unter Edge. Einziges Problem dabei ist, wenn ich verschiedene Browser benutze, so wie ich das zum Beispiel mache, dann muss ich diese Erweiterungen für jeden Browser natürlich installieren und dann beginnt das gleiche Spiel von vorher. Aber es ist eigentlich ruckzuck erledigt und ich würde sagen, weil es eben so schön schnell geht, jetzt melde ich mich hier wieder ab, machen wir das gleich auch bei anderen Browsern und es geht weiter mit Firefox. Also ich öffne hier den Browser Firefox, gehe hier im rechten oberen Bereich wieder auf den Menübereich, das sind diese drei Zeilen. Hier wird nicht der Begriff verwendet Erweiterungen, sondern hier muss ich auf Add-ons & Themes gehen und hier finde ich dann die Erweiterungen. Seht ihr hier, klicke ich einmal Erweiterungen an und jetzt kann ich hier in diesem Suchbereich eingeben KeyPass XC und dann wird hier mir der KeyPass XC die Erweiterung für den Firefox Browser angezeigt. Angezeigt, einmal anklicken und hier auf zu Firefox hinzufügen bestätigen. Hier werde ich nochmal gefragt, ob ich es wirklich hinzufügen möchte, nochmal kurz bestätigen und dann sehen wir hier oben schon KeyPass XC Browser wurde hinzugefügt. Bestätige einmal kurz und dann wird uns auch diese Erweiterung hier oben bereits angezeigt. Seht ihr, immer dieses Symbol grün hinterlegt weißer Schlüssel und da ist noch ein kleiner roter Punkt mit dabei, das heißt hier muss ich noch etwas tun. Auch hier muss ich wieder diese Verbindung freigeben oder quasi bestätigen. Hier eine exakte Bezeichnung noch hinzufügen. Also auch hier nehmen wir Laptop Studio und da schreibe ich noch Firefox dazu. Dann ist es exakt klar für wen der Zugriff erlaubt wird und dann probieren wir das Ganze gleich wieder aus. Also ich gehe hier wieder auf Bildner Verlag. Dann sind wir auch hier schon wieder bei Bildner Verlag auf unserer Homepage und ich möchte mich hier auch anmelden. Gehe auf mein Konto, sehe hier schon wieder das Symbol von KeyPass, also schaut ganz gut aus. Einmal kurz anklicken und es funktioniert. Benutzerkonto wird ausgefüllt, Passwort steht drin und anmelden müsste funktionieren. Sind wir wieder drin. Dann melden wir uns ja auch wieder ab und wir probieren das jetzt natürlich. Alle guten Dinge sind drei noch bei oder unter Chrome. Dazu öffne ich den Chrome Browser. Gehe hier oben rechts wieder in den Menübereich. Hier sind es wieder drei Punkte. Suche dann hier unter weitere Tools. Hier finde ich die Erweiterungen und muss dann hier wiederum nochmal in Erweiterungen ein Menü öffnen und gehe hier auf Chrome Web Store öffnen. Also ihr seht, es ist schon die Wege dorthin sind immer sehr unterschiedlich. Von daher ist es ganz gut, wenn man einmal sieht, wo man das überhaupt findet. Das ist nicht immer so einfach. Und jetzt bin ich hier im Chrome Web Store und gebe hier einen KeyPass XC und auch hier kennen wir wieder das Symbol weißer Schlüssel auf grünem Punkt oder Hintergrund. Klicke einmal drauf, gehe auf hinzufügen, nochmal bestätigen. Dieses Fenster kann ich gedroht schließen und die Erweiterung der KeyPass finde ich jetzt, wenn ich hier auf dieses Symbol, das Symbol steht generell für Erweiterungen, einmal klicke, dann wird mir hier der KeyPass angezeigt. Und auch hier sehen wir ganz klein wieder einen roten Punkt. Das heißt, ich muss noch etwas tun. Funktioniert noch nicht ganz. Auch hier muss ich wieder die Verbindung herstellen, also den Zugriff erlauben. Also ich gebe hier auch noch eine ganz konkrete Bezeichnung ein. Laptop Studio und Chrome. Und damit ist es bestätigt und wir probieren das Ganze auch gleich noch aus. Gehen hier nochmal auf Bildner Verlag. Und auch hier probieren wir aus, ob die Anmeldung hier ganz problemlos funktioniert. Ich sehe auch hier wieder das Symbol für KeyPass, also geht auch unter Chrome. Einmal anklicken, dann wird hier automatisch wieder alles ausgefüllt. Gehe wieder auf Anmelden. Ja, und dann sind wir auch schon wieder drin. Hat also auch unter Chrome funktioniert. Aber ihr habt gesehen, es sind schon ein paar Handgriffe notwendig. Also man muss ein bisschen was tun, diese Erweiterungen installieren. Aber wenn das alles mal erledigt ist, dann ist es wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Denn es ist schon ein großer Unterschied, wenn man nicht mehr ständig sich die Benutzernamen, die Passwörter merken muss oder irgendwo ziemlich unsicher handschriftlich vielleicht notiert hat, sondern dass man das wirklich sehr safe und sicher in diese Passwort-Datenbanken hinterlegt. Unser Beispiel ist eben der KeyPass XC. Der ist kostenlos und ist insgesamt von den Kollegen aus der Fachbranche sehr, sehr gut bewertet. Also können wir empfehlen. Probiert das Ganze aus, wird euch ein bisschen die Arbeit erleichtern. Am Anfang ist etwas zu tun, aber dann ist es umso bequemer und ihr seid vor allem immer sicher unterwegs. Ich hoffe, das Video war für euch sehr hilfreich. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns absolut. Das ist für uns die beste Motivation für die nächsten Videos. Und natürlich abonniert Bildner TV, denn dann bekommt ihr jeden Tag neue Infos und sehr, sehr praktische Infos aus der digitalen Welt. Bis zum nächsten Mal hier bei uns. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020